In Bodenabläufen verhindern Geruchverschlüsse über eine Sperrwasserschicht das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Abwasserleitung. Wird der Ablauf jedoch länger nicht genutzt, so verdunstet die Wasservorlage. Gestank aus dem Kanal kann nun ungehindert eindringen. Bei fehlerhafter Belüftung des Entwässerungssystems entstehen die Gerüche durch das Leersaugen des Bodenablaufs. Das kann passieren, wenn Ablaufstellen in darüberliegenden Stockwerken entsorgt werden. Hierfür kann schon das Betätigen der WC-Spülung reichen. Die nach unten stürzende Wassermasse schiebt ein Luftpolster vor sich her. Der dadurch entstehende Überdruck entweicht zunächst durch die Wasservorlage, begleitet von einem Gurgelgeräusch. Oberhalb des Wasserpfopfens entsteht gleichzeitig ein Unterdruck, der im Anschluss den Geruchverschluss leersaugen kann. Für dieses Problem hat Kessel die professionelle und dauerhafte Lösung. Den mechanischen Geruchverschluss Multistop. Dieser funktioniert ohne Wasservorlage und kann bei bereits eingebauten Kesselabläufen oder Duschrinnen gegen den vorhandenen Geruchverschluss getauscht werden. Der Ablauf ist sofort und dauerhaft, auch ohne Wasservorlage gegen Kanalgeruch gesichert. Zusätzlich dient der Multistop als Ungeziefer und Schaumsperre. Im Ruhezustand hält ein Gewicht den Boden des Multistop nach oben gegen eine Dichtung. Fließt nun Wasser in den Ablauf, so wird der Boden kurzzeitig durch das Gewicht des Wassers abgesenkt, wodurch dieses ungehindert abfließen kann. Der Kessel Multistop ist die smarte Lösung, wenn es darum geht, mit geringem Aufwand Probleme durch ausgetrocknete Geruchverschlüsse zu verhindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017